Die Flyer und alle Marketing-Tools, dazu bitte in der Gruppe eintragen. In der Facebook-Gruppe gibt es einen Artikel, der heißt Arbeitsgruppe, wer da mitmachen möchte. Einige haben sich schon gemeldet. Lassen Sie jetzt Anfang der Woche einen Zoom-Call machen und dann die Kurzpräsentation besprechen und den Flyer besprechen. So, das war es von meiner Seite. Und ich habe gnadenlos hier überzogen. Das Gründe war geplant, glaube ich. Das ist 17.07 sehe ich hier. Aber ich glaube, das passt. Ich sage erstmal Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und jetzt stoppe ich hier mal die Bildschirmnutzung. So, das habe ich. Und gehe jetzt hier mal rein in den Chat. So, da steht von oben gesehen. Hallo Oliver, kannst du aufzeichnen? Ich glaube, das hat der Alex gemacht. Gibt es eine Aufzeichnung? Ist auch erledigt. Stand ja bei Facebook. Dan schreibt. Stell dir mal vor, jeder würde sich eine Freude über die neuen Zahlungsmöglichkeiten weitergeben. Dann wäre es noch mehr Chaos. Ne, ist es nicht, weil darüber freue ich mich. Und wir alle, das ist ja kein Chaos. Was heißt noch mehr Chaos? Wir haben kein Chaos. Also, wer immer Dan ist, liebe Grüße, aber Chaos gibt es bei uns nicht. Definitiv nicht. Es gibt bei mir doppelte Buchungen. Schreibt K.A. Ja, K.A. heißt für mich, keine Ahnung. Lieber K.A., wer immer du bist, eine große Bitte. Nächstes Mal mit Namen einloggen. Und das Allerwichtigste ist, bitte schreib an den Support. Ich kann hier nichts tun. Außer Frage, ne? Das geht nicht. Ich helfe dir. So, Erik schreibt. Ich habe einen Kunden registriert, als wir einloggen das Kundenkonto gegen der Botten-Shop nicht. Okay, kann passieren. An den Support schreiben. Meistens ist es so, dass im Cash, ich bin jetzt nicht der Techniker, seid mir nicht böse. Das kann ich auch nicht so erklären. Einfach mal Cash löschen. Dann sollte es gehen. Und auch in den richtigen Account einloggen. Wir hatten den Fall gerade vor zwei Tagen. Da hat jemand ganz böse, trauerige Mails geschickt. Da wäre das nicht und wäre das nicht. Da sieht man das im Backoffice. Dann haben wir mit dem telefoniert, weil wir haben das nicht gesehen. Dann hat sich festgestellt, der ist gar nicht in dem Backoffice, um das es ging, sondern um ein anderes Backoffice eines Freundes. Okay, deswegen. Also lieber Erik, schreib bitte an den Support und der Antwort kommt. Da steht schon. Genau, Alex ist alles angeschrieben. Danke, danke, danke. Das ist ein Team. Danke an dich. War sehr gut. Michael, danke, dass du da warst. Oliver Heinrich, der Name ist Fitter. Ja, mit einem großen Einstieg habe ich wie lange Zeit den Manager zu machen. Oliver, während der Kindernphase, ganz einfach, wirst du während der Kindernphase jetzt der Manager, dann hast du es erreicht. Deswegen, ich würde loslegen. Also so wie das vorhin jemand erfragt hat, der sagt einfach, komm, das will ich nutzen, nutzt diese Möglichkeit. Ich habe alles beantwortet, oder? Mega, mega, mega. So, sehr informativ. Genau, Aufzeichnung, denke ich mal, kommt. Alex hat es aufgezeichnet. Das passt. So, dann sage ich mal, danke. Nutzt das Wochenende. Ich mache jetzt eins. Ich mache meinen Rechner aus und fahre. Ich bin eingeladen auf Kacke und Kuchen und freue mich schon drauf, weil die Kuchen haben die gebacken und ich bringe die Maschine mit. Das könnt ihr alle machen. Das ist das Tolle. Und wenn du sagst, Maschine ist noch nicht da, mach für nächste Woche was aus, dann da ist sie da. So einfach geht das. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Facebook, wie gesagt, nutzen, wer Flyer mitentwickeln kann, wer Ideen hat. Ihr müsst technisch nichts können, ja. Früher hat jemand gesagt, ich würde es gerne auf Spanisch haben. Flyer kann kein Spanisch oder Englisch. Wir haben die Menschen. Du musst auch kein Designer sein. Haben wir. Habt ihr ja gesehen. Wir haben Palästin, die machen das Design. Und war alles fertig. Super. Urlaub, schön, dass du da bist. Klasse. Nächstes Mal ruhig meldet euch mit Vor- und Zunahmen ein. Dann weiß ich auch immer, wer das geschrieben hat. Ralf, auch danke an dich, dass du da warst. Liebe Grüße an die Sonneninsel Mallorca. Wir haben viele Mallorquiner wie immer hier. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Alex macht das Ding irgendwie aus. temas Bluezall. 보너 participants. Musik